Die kommenden Tage haben vom Wetter her mal wieder einiges zu bieten. So kann man das Wochenende bei überaus angenehmen Temperaturen zunächst im ganzen Land im Freien genießen. Allerdings bleibt es nicht überall schön. Der Samstag startet mit viel Sonne und die Temperaturen steigen landesweit auf 21 bis 25 am Oberrhein örtlich sogar bis 27 Grad. Im Osten dauert das sonnige Wetter auch bis zum Abend an. Dagegen ziehen im Westen dann schon dichtere Wolken auf und bringen Schauer und örtlich auch Blitz und Donner mit. Am Sonntag bleibt es im Osten auch weiterhin freundlich und trocken. Im Westen breiten sich dagegen immer mehr Schauer und Gewitter aus, die Sonne bleibt dort ein seltener Gast. Und das merkt man auch an den Temperaturen. Im Regen reicht es nur noch für 18 Grad, im sonnigen Osten sind dagegen bis zu 28 Grad drin. Auch am Montag ist es dort nochmal warm, bevor es überall nass und zum Dienstag auch deutlich kühler wird. Dafür setzt sich aber schon wieder öfter die Sonne durch und die Schauer ziehen sich in den Norden zurück. Danach bleibt noch abzuwarten, ob sich der Altweibersommer bald wieder überall durchsetzen kann. Immerhin wird es im ganzen Land wieder wärmer. Aufmerksamkeit Untertitelung des ZDF, 2020